Eine Welle von Geräuschen, Eindrücken und grellen Lichtern prasselte auf Violet ein, als sie den Tanzsaal betraten. Sie hatte von den Festen der Paxtons gehört, war mehr als einmal eingeladen worden, auch wenn sie jedes Mal abgelehnt hatte. Doch all die Geschichten, die sie gehört hatte, konnten nicht zum Ausdruck bringen, was sich hinter den Mauern des Anwesens tatsächlich verbarg. Der Tanzsaal war mehr als bloß ein Raum. Er war ein Spektakel. Dutzende Menschen hatten sich auf der Tanzfläche versammelt, Männer und Frauen in gefiederten Masken und anmutigen Kleidern. Eine Galerie zog sich einmal um den ganzen Saal, das Geländer dekoriert mit bunten Galanten. In der Mitte des Raumes spiel ein Brunnen Wasser in die Höhe, daneben gaben Jongleure und Feuerspucker ihre Künste zum Besten. Auf einer kleinen Bühne spielte ein Geigenquartett, doch ihre Klänge wurden vom Lachen der Anwesenden beinahe übertönt. Die Decke war mit tausenden von glitzernden Steinen beklebt, welche im Licht der Kronleuchter wie Sterne leuchteten. Es war laut und chaotisch, ein bunter Mix aus Farben und Gerüchen, die nicht zusammenpassen wollten, vereint zu einer skurrilen, unwirklichen Szene, wie sie lediglich einem bizarren Traum entspringen konnte. Violet blinzelte ein paar Mal, um die aufblühenden Kopfschmerzen hinter ihrer Stirn zu verdrängen. Aiden zog sie die Treppenstufen herunter, die Geräusche und Gerüche mit jedem Schritt lauter, einnehmender werdend. Zu ihrer rechten Seite befand sich ein Buffet mit Speisen, von denen Violet die Hälfte nicht einmal benennen konnte. Dahinter, halb verborgen in den Schatten des Säulenganges, standen Käfige, aus denen gelbe, hungrige Augen hervorblitzten. Die meisten der Tiere, die hinter den Gitterstäben hervorlugten, kannte Violet lediglich aus Büchern. Sie wagte es nicht einmal, sich vorzustellen, wie viel es gekostet haben musste, diese armen Kreaturen ihrem natürlichen Lebensraum zu entreißen und als Party-Highlight nach Alderport zu bringen. Ein weiterer, unbestreitbarer Beweis des scheinbar endlosen Reichtums der Paxtons. Sie kamen am Rand des Saales zum Stehen, halb verborgen im Säulengang. Aiden wandte sich Irma und Caleb zu. »Mischt euch unter die Menge«, befahl er. »Behaltet die Anwesenden im Auge. Wir wollen nicht, dass weitere Wächter uns Probleme bereiten.« »Was ist mit Crane?«, fragte Caleb. »Ich werde sicher gehen, dass er rechtzeitig zu uns stößt«, sagte Aiden schnell. »Bis zum Feuerwerk ist es noch eine knappe Stunde hin. »Seht zu, dass ihr euch pünktlich wieder hier versammelt, damit wir Phase 2 einleiten können. Oh, und bevor ich es vergesse!« Irma und Caleb hatten sich bereits zum Gehen gewandt, als sie sich wieder zu Aiden umdrehten. Auf dessen Lippen hatte sich ein verschwörerisches Grinsen ausgebreitet. »Denkt daran, euch zu amüsieren!« Die beiden nickten, dann verschwanden sie in der Menge. Bereits nach wenigen Sekunden hatte Violet sie aus den Augen verloren, verschluckt zwischen bunten Ballkleidern und dem hektischen Gewusel der Anwesenden. »Und da waren es nur noch zwei«, meinte Aiden und ließ seinen Blick an Violet auf- und abwandern. »Ich muss gestehen, dein Anblick ist bezaubernd heute Nacht. Das Lila bringt deine Augen wahrlich zum Leuchten.« »Tatsächlich, und ich dachte immer, dass Rot mir am besten stünde«, entgegnete Violet kühl. »Vorzugsweise in der Farbe des Blutes schmutziger Verbrecher, die es wagen, mich als Marionette in ihren größenwahnsinnigen Plänen zu missbrauchen.« »Ah«, sagte Aiden, »ich dachte über diesen kleinen Fauxpas, wären wir längst hinweg.« »Ihr habt mich unter Drogen gesetzt und entführen lassen. Verzeiht mir, wenn ich nicht glaube, dass irgendetwas je über diese Tatsache hinweg täuschen könnte.« Aidens Lächeln vertiefte sich. »Ich verspreche dir, dass ich alles daran setzen werde, dass du nach heute Nacht wohlbehalten nach Hause zurückkehrst. Wie viel ist ein Versprechen wert, wenn es aus dem Mund eines zwielichtigen Verbrechers kommt?« Das brachte Aiden zum Lachen. »Touché. Ich fürchte, ich habe nicht den besten ersten Eindruck bei dir hinterlassen. Gib mir wenigstens die Möglichkeit, noch einmal neu anzufangen.« Er lehnte den Gehstock an der Wand ab, legte eine Hand auf den Rücken und deutete eine Verneigung an. »Er freut euch kennenzulernen, Miss West«, sagte er und streckte eine Hand aus. »Dürfte ich um diesen Tanz bitten?« Violet entwich ein leises Schnauben. »Lieber lasse ich mich von einer Horde Pferde zertrampeln.« Das Lächeln auf Aidens Lippen verschwand nicht. Wenn überhaupt, dann schien ihn Violets Antwort noch mehr zu amüsieren. »Ich verstehe deine Gefühle, auch wenn sie mich natürlich kränken«, antwortete er. »Doch du hast mich vorhin gehört, nicht wahr? Es ist essentiell für den Erfolg dieses Auftrags, dass wir nicht auffallen. Sicherlich würde es die Aufmerksamkeit der anderen Gäste auf sich ziehen, wenn wir steif und unbeteiligt am Rand der Gesellschaft herumstehen.« Violet verdrehte die Augen. Beim Gerechten, wie sie diesen arroganten, selbstverliebten Gauner hasste. Was bildete er sich eigentlich ein, sie ihrer Familie zu entreißen, auf diesen halsbrecherischen Einbruch mitzunehmen und nun auch noch zu einem Tanz mit ihm zu zwingen? Als hätte er sie nicht sowieso schon auf jegliche erdenkliche Art und Weise erniedrigt. »Also«, wiederholte er. »Violet West, schenkt dir mir diesen Tanz?« Sie blickte auf seine ausgestreckte Hand, die Finger überraschend feingliedrig und frei von Narben. Es war offensichtlich, was er vorhatte. Er wollte Violet so nah wie möglich bei sich wissen, um zu verhindern, dass sie seinem Vorhaben schaden konnte. Oh, und sie hätte so viele Dinge tun können, um ihm zu schaden, wenn er das zugelassen hätte.